Am 13. und 14. Mai ist es soweit. Die Deutsche Bundesbank bietet jungen Leuten zwischen 18 und 30 mit dem Event Euro20 Plus wieder die Gelegenheit, über Wirtschaft und Geldpolitik zu diskutieren. Dieses Jahr finden einige Programmpunkte in hybrider Form statt. Du kannst also entweder vor Ort in Frankfurt am Main oder virtuell dabei sein. Egal wie du dich entscheidest, dich erwarten spannende Workshops mit Fachleuten der Bundesbank und spannenden Gästen. In jeweils einem Townhall diskutierst du mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und dem spanischen Notenbank-Gouverneur Pablo Hernández de Kurs aktuelle geldpolitische Themen und kannst ihnen deine Fragen stellen. Mach mit! Bewirb dich jetzt auf euro20plus.de